So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre beginnen wir heute mit einer neuen Playlist und zwar der speziellen Steuerlehre. Und einsteigen möchte ich hier mit den Kapitalgesellschaften, dort mit den Beteiligungen und es geht um die Zugangsbewertung einer Beteiligung. Dazu aber gleich mehr, erst ein, zwei Hinweise im Vorwege. Der Hintergrund, warum ich jetzt diese Playlist erstelle, eigentlich halte ich das nicht mehr vor, ist, dass mir viele Sachverhalte im Laufe des Studiums begegnet sind und mir noch einige im Laufe des Studiums, vor allem des Masterstudiums begegnen werden. So, und diese möchte ich dann hier in der speziellen Steuerlehre behandeln. Ich werde hier nicht mal auf Grundlagen eingehen. Für Grundlagen bitte in die Playlist bzw. ins Modul der Unternehmensbesteuerung sowie der Gewinnermittlung und der Rechtsformbesteuerung hineinschauen. Wobei die Rechtsformbesteuerung auch schon vertiefende betriebswirtschaftliche Steuerlehre ist. Ich werde auch hierzu einen Fragenkatalog auf der Webseite hinterlegen. Hier bitte Geduld haben, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und ich beziehe mich hier auf die Steuergesetze aus dem Jahr 2022. Es kann sein, dass ich im nächsten Jahr noch nicht mit der Playlist fertig bin, dass ich dann nochmal die Steuergesetze 2023 mir zulegen werde und mich dann darauf beziehen werde. Je nachdem, sicher ist das Ganze noch nicht. Ansonsten findet ihr alles weitere unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Für Anregungen, Kritiken etc. gerne die Kommentare nutzen. Also es geht hier um konkrete Sachverhalte und den ersten Sachverhalt, den wir uns anschauen werden, lautet wie folgt. Aufgabenstellung erläutern Sie alle handelsbilanziellen und steuerbilanziellen Konsequenzen und mögliche außerbilanzielle Korrekturen für folgenden Sachverhalt. Also wir haben die X-GmbH als Kapitalgesellschaft. Diese schafft in Periode 1 eine Beteiligung in Höhe von 30% einer Y-GmbH zum Preis von 50.000 Euro an. Und wir wollen den Zugang bewerten. Zu welchem Wert müssen wir hier im Zugang ansetzen? Wir unterscheiden immer zwischen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz. Habt bitte im Hinterkopf die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Die GOBs, die haben wir unter anderem in der Unternehmensversteuerung, auch in der Gewinnermittlung bereits schon behandelt. Schaut dort gerne mal vorbei. Also wir schauen uns jetzt erstmal an, was das Gesetz dazu sagt. Ich schreibe hier schon mal hin, dass wir hier einmal zwischen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz unterscheiden. Wir fangen immer an mit der Handelsbilanz und hier gucken wir ins HGB hinein und zwar Paragraf 253. So, ich schlage das hier einmal kurz auf. 253. Hier steht in der Überschrift Zugangs- und Folgebewertung. Absatz 1, Satz 1. Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert, um die Abschreibung nach den Absätzen 3 bis 5 anzusetzen. Das heißt, hier in der Handelsbilanz zu Anschaffungskosten ansetzen. Das notieren wir jetzt einmal kurz. Also, Handelsbilanz, Doppelpunkt, dann Zugangsbewertung. Zugangsbewertung zu Anschaffungskosten. Zugangsbewertung zu Anschaffungskosten. Und zwar gemäß Paragraf. Ganz konkrete Rechtsnormen immer angeben. Ansonsten gibt es dort Punktabzüge. Worauf bezieht ihr euch? Hier Paragraf 253, Absatz 1, Satz 1 HGB. Das heißt, Beteiligung zu 50.000 Euro. 50.000 Euro in der Handelsbilanz ansetzen. Beziehungsweise bewerten. Da reicht auch ein Satz aus. Damit haben wir die Handelsbilanz hier auch schon abgeschlossen. Wie gesagt, wir haben auch hier nur die Angabe der 50.000 Euro. Ansonsten keine Abschreibung etc. Darum kümmern wir uns im nächsten Video. Jetzt schauen wir uns mal die Steuerbilanz an. Hier können wir uns in der Steuerbilanz immer relativ einfach machen, indem wir uns auf die Maßgeblichkeit beziehen. Als Grundsatz zur ordnungsgemäßen Buchführung. Und das Maßgeblichkeitsprinzip wäre dann hier eben Paragraf 5. Da gucken wir kurz mal rein. Paragraf 5 im Einkommenssteuergesetz. Hier steht in der Überschrift Gewinn bei Kaufleuten und bestimmten anderen Gewerbetreibenden. Absatz 1 Satz 1 spricht von Ja und eine GOB ist eben das Maßgeblichkeitsprinzip. Und das sagt, dass wir analog zur Handelsbilanz auch in der Steuerbilanz eben bewerten. Und das halten wir kurz einmal fest. Also Maßgeblichkeitsprinzip. Gemäß Paragraf 5 Absatz 1 Satz 1 ESTG. Das ist das, was ich gerade vorgelesen habe. Und das würde jetzt heißen, dass ich hier auch zu Anschaffungskostenhöhe von 50.000 Euro ansetze. Wir können das noch ein bisschen konkretisieren. Und zwar Zugangsbewertung zu Anschaffungskosten. Ihr könnt natürlich wie immer auch mitschreiben oder im Video springen oder die Videogeschwindigkeit an eure Wünsche anpassen, wenn ich euch hier zu langsam bin. Ab und zu kommt da mehr Kritik auf. Aber so hilft mir das auch selbst am meisten, wenn ich mir den Inhalten schön Stück für Stück bewusst werde. Also zu Anschaffungskosten. Und jetzt kann man hier noch einen weiteren Begriff ins Spiel, äh, weitere Rechtsnormen ins Spiel bringen. Das wäre Paragraf 6 mit der Überschrift Bewertung. Hier dann Absatz 1 Nummer 2 Satz 1. Andere als die in Nummer 1 bezeichneten Wirtschaftsgüter des Betriebs Grund und Boden, Beteiligung, Umlaufvermögen sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem an deren Stelle tretenden Wert vermindert, um die Abzüge nach Paragraf 6b und ähnliche Abzüge anzusetzen. Das heißt hier auch wieder Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hier kann ich mich dann konkret nochmal auf den 6er beziehen. Paragraf 6 hatte ich gesagt. Dann Absatz 1 Nummer 2 Satz 1. Wir wollen hier ganz konkret sein. Und dann eben ESTG in Höhe von 50.000 Euro. Ja und für diese Lösung solltet ihr dann volle Punktzahl auch bekommen. Wichtig ist eben immer mit dem Gesetz zu begründen, warum ihr welchen Wert ansetzt. Warum bewertet ihr so, warum aktiviert ihr bestimmte Positionen und das haben wir hier dann entsprechend getan mit dem 253er im HGB, mit dem 5er im ESTG sowie mit dem 6er im ESTG. Und wenn ihr gar keine Ahnung habt, wie ihr steuerbilanziell anzusetzen habt, könnt ihr immer mit der Maßgeblichkeit begründen, denn die Handelsbilanz ist maßgeblich für die Steuerbilanz. Das heißt, ich bewerte analog zur Handelsbilanz genauso in der Steuerbilanz, wenn man jetzt gar keinen Plan hat. Ja, den Rest findet ihr in Videobeschreibungen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.